licht aus und runter wollen doch mal sehen was da unten jetzt ist das maske hin oder her und das gar nichts Das ist kein schönes Gebiet. Was zum Geier will dann passieren, wenn ich jetzt hier durchlatsche? Ah, hier. Hier lässt sich doch wieder entschärfen. Zack. Ja, aber warum kann ich hier lang? Ich muss doch hier gar nicht lang. Das Geräusch gefällt mir aber wieder nicht. Was bringt hier schon wieder Tod und Verderben? Hm? Da sind es einfach nur die Typen, die von oben runtergestürzt sind bei dem Krieg. Gasmaske. Also. Perfekt. Was geht denn das? Vor allen Dingen, was will ich hier unten? Warum kann ich hier runter? Was soll ich davon jetzt halten? Wo? Hm. Hm. Ah! Ah! Oh! Äh, hier, so Aber wirklich was gegeben hat es jetzt hier unten nicht, ne? Wow Wow Was war das denn hier? Irgendeine Dose hat sich gerade gedacht Komm, wir machen mal Dolby's Around Boah Scheiße Puh Ich habe mich gar nicht gesehen, als wir reingekommen sind Na ja Okay, gehen wir mal lieber wieder hoch So Und noch weiter hoch Lass Oh verdammt! Hat der mich gerade verjagt? Am besten ich jag das hier gleich alles in die Luft. Ups, der erschien was gelebt zu haben. Achtu! 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 Gute Nacht Mädels! Und jetzt? Ich hab keine Munition mehr! Wow, 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 mit was schießt denn der? Schießt doch mit Kanonen auf Spatzen! Ich bin nur ein kleiner sonst was! Möchte gern! Dann hab ich trotzdem erwischt! Denkst du? Okay! Wow! Wow, wow, wow! Also er ist definitiv vor mir! Oder auch nicht mehr! Oh Mann! Jedes Mal derselbe Sack! Arsch! 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 Ja, wir haben ja schon ne schöne Verzierungen hingebracht! Ich muss schon mal sagen, sowas findet man nicht in jedem Ikea! Da wird schon wieder einer. Ja, klar. Boom. Ah, nix mehr damit. Ah, mein Gott. Ich will wenigstens ein bisschen Munition verdienen, die ich an dich verschwendet habe. Mein Gott. Geht's gerade. So. Okay, hoffen wir, dass es jetzt noch besser werden kann. Ich glaub's zwar schon fast nicht, aber... Oh, verdammt. Was ist das? Hilfe, Hilfe, Hilfe! So, mein Gott, atme nicht vergessen. Wow, wow, wow. Zwei? Ein, ein. Okay. Wir haben hier einen verdammten Toten! Oh. Unschön. Nein? Wo? Da? Nein, das war elektrizität. Nein, nein, nein. Du schießt mit die Kerle. Nicht, oder? Nicht ernst. Ah, doch, dann. Gut, das ist okay. Ich dachte schon nicht, das ist klar. Ach, nein. Wow, wow, wow. Oh. Der war nicht nett. Puh. Ja, ich würde sagen, da wir so einen schönen Black Screen gerade wieder haben, würde ich sagen, verabschiede ich mich hier einmal wieder. Das war wieder mein Metro und ich mache demnächst mal wieder weiter. Mal sehen. Ähm, ja. Tüdelü! Möden Möden Möden